Hallo und herzlich willkommen bei LockerGrillen.de Heute gibt es etwas ganz schnelles, aber etwas ganz leckeres Und zwar gibt es Spargel vom Grillen Das heißt einfach nur ein bisschen Zitronensaft, Salz, Zucker, Öl, Butter Und dann in Alufolie einwickeln und das kommt dann auf den Weber Spirit Den ich so ungefähr auf 150 bis 170 Grad anheizen werde Und dann bleibt es so 20 Minuten drauf und dann ist es schon fertig Also viel Spaß Und für das Ganze brauchen wir nur die paar Zutaten Salz, Butter, Olivenöl, Zitrone, Zucker Und der Spargel Und gemacht wird das Ganze wie folgt Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe den Weber Spirit schon vorgeheizt, die beiden äußeren Brenner an, den mittleren aus, dass ich die Päckchen indirekt legen kann und so auf 170, 180 Grad und das lege ich jetzt einfach drauf und dann schätze ich mal so nach 20 Minuten schauen wir mal rein. Und dann werde ich doch jetzt gleich mal probieren. Ist ja keine tolle Sache, aber extra was abgeschnitten, hinten keine Spitze oder so und jetzt schon heiß. Perfekt. Genau. Genau 20 Minuten hat es jetzt drin und super, noch ein bisschen Biss. Nicht so ganz weich. Schön zitronig. Öl. Perfekt. Das ist echt die perfekte Beilage und total einfach, wie ihr gesehen habt. Einfach nur drauflegen, 20 Minuten warten, fertig. Dann würde ich mich freuen für einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Also einen positiven natürlich. Und ein Like oder dass ihr mir folgt bei Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, denke ich mal, sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Bis dann.